Der Anfang jeder Spielzeit ist wirklich sehr spannend. Da kommt dann alles zum Leben, was wir uns vorher ausgedacht haben. Ja, also... Also was die meisten Menschen eigentlich gar nicht realisieren, ist, dass am Theater eigentlich alles gescriptet ist. Also nicht nur die Stücke, sondern auch ich. Schön, dass ihr da seid. Ihr wisst, warum wir hier sind heute. Neue Main-Storylines für die kommende Spielzeit. Und Millie. Gibt's gar nicht. Millie Vicanis. Das haben die sich eigentlich hier nur ausgedacht, weil Millie Vanilli, die haben ja auch nicht gesungen. Also Millie Vicanis. Das fand ich irgendwie witzig. Die Menschen wären überrascht, wie verschieden die Schauspielenden von ihren realen Persönlichkeiten sind. Schließlich versorgen wir sie auch mit allem, was sie brauchen. Zum Anfang von jedem Jahr bekomme ich dann so meine Storyline. Und ich versuche das dann möglichst natürlich aussehen zu lassen über das ganze Jahr hinüber. Das ist eigentlich so wie im Wrestling oder so im Reality-TV. Na, wir haben hier ein besonderes Verfahren. Wir achten nicht nur auf schauspielerische Qualität, sondern auch, was für eine Persönlichkeit bringen die Menschen mit. Der französische Dialekt muss schon sein. Reinisch, real und rough. Wir haben eine tolle kommende Spielzeit. Action, Drama, toller Cast, alles. Egal, was gerade in dir ist, benutze es. Die Musik Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020